Wahlkampf in Italien Jung, adrett und populistisch, Leiche de Muir könnte nächste Woche als großer Sieger aus der italienischen Parlamentswahl hervorgehen. Und das mit 31 Jahren. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, M5S, in Italien in Führung. Das hat sie auch ihrem Spitzenkandidaten Leiche de Muir zu verdanken. Kritiker freilich belächeln de Muir als politisch blasse Kreatur von Imageberatern. Seine inhaltlichen Standpunkte sind tatsächlich schwer zu greifen. Obwohl er als Capo Politico, als politischer Chef seiner Partei fungiert. Das politikmüde Wahlvolk sehnt sich aber nach Abwechslung an der politischen Spitze des Landes. Davon profitiert die Muir. Sein Movimento Cinque Stelle gilt als unverbrauchte Antisystempartei, selbst wenn die Bewegung mittlerweile rund 30 Städte regiert, unter ihnen Rom und Turin. Gegründet wurde die Bewegung 2009 vom rauflustigen Komiker Bippe Grillo, der die Wähler polternd und sehr erfolgreich mit seinem Kampf gegen das politische Establishment mobilisierte. Der Unterschied zu de Muir, der in einem Online-Votum zum Spitzenkandidaten gekühlt wurde, könnte größer nicht sein. Denn mit seiner gepflegten Kurzhaarfrisur und der stets perfekt sitzenden Krawatte zum eleganten Anzug erscheint de Muir vielen als der ideale Schwiegersaar. De Muir wurde geschaffen, um mit der zu beruhigen, spottet der italienische Politikjournalist Jacopo Ercobini. Dabei stört es viele Wähler offenbar nicht, dass de Muir ein Jurastudium begann, ohne es abzuschließen. Seine Stärke liegt genau darin, dass er sich komplett von Bippe Grillo unterscheidet, im Kommunikationsstil und in der Erscheinung, sagt Politikprofessor Altu Castelvecchi von der Lewis-Universität in Rom. In den Umfragen liegen die Fünf-Sterne als Einzelkraft konstant mit etwa 28 Prozent in Führung. Das geltende Wahlsystem, das Koalitionen begünstigt, zwang auch die Fünf-Sterne-Bewegung, von ihrer unter Grillo gepflegten Position der bedingungslosen Opposition abzurücken und Allianzen zumindest in Erwägung zu ziehen. Bereits kurz vor dem Jahreswechsel verkündete De Muir, seine Bewegung werde Italien nicht dem Chaos überlassen. Bei einem Sieg am 4. März werde er noch am Wahlabend einen Appell an alle politischen Kräfte richten und Konsultationen einleiten. Der 69-jährige Parteigründer Grillo sieht in De Muirs gemäßigten Überlegungen inzwischen zu viel Wahlkalkül. Auf einem neuen Blog im Internet hält Grillo stur an seiner ursprünglichen Anti-Haltung fest und übt Kritik an den Altparteien. Anders als Grillo tritt De Muir betont moderat auf. Er schwächte auch den strikten Kurs gegen den Euro ab und gibt sich in der Ablehnung von Flüchtlingen weniger kategorisch. Der Sohn eines ehemaligen Spitzenfunktionisten der neofaschistischen italienischen Sozialbewegung, MSI, lehnt den Begriff populistisch für die Fünf-Sterne-Bewegung als abwetend ab. De Muir versichert, dass er weder mit einem extremistischen noch mit einem Anti-EU-Italien etwas im Sinn habe. Zur Unterstreichung seiner Seriosität traf er sich mit Harvard-Studenten in den USA und mit Invest in the City of London. Innerhalb der Fünf-Sterne-Bewegung rückte De Muir binnen eines Jahrzehnts in die Spitze auf. 2010 kandidierte er erfolglos für den Gemeinderat seiner Heimatstadt Avellino östlich von Neapel. 2013 wurde er ins italienische Parlament gewählt. Mit 26 Jahren war er jüngster Vizepräsident der Abgeordnetenkammer in der Geschichte Italiens. Angesichts seiner spärlichen beruflichen Erfahrung, kurze Zeit Webadministrator, Regieassistent und Platzanweiser im Stadion, wird De Muir von seinen Gegnern vorgehalten, er habe nicht das Format, um der drittgrößten Wirtschaft der Eurozone als Regierungschef vorzustehen. Darauf antwortete er, dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sein Alter habe, und der französische Präsident Emmanuel Macron 40 Jahre alt sei. Die Stunde gehört der Jugend, findet De Muir. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.